Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Oh Gott Ich hieß Standalone Zu zweit So, jetzt wird ein Ping von 36, 34 Diese Folge fliege ich trotzdem raus Aber Mal gucken Okay, ich würde sagen, vielleicht nehmen wir sogar noch mal noch mal mehr Benzinkanister mit Das war jetzt das Hochhaus machen, wa? So ein bisschen... Benzin befüllen? Genau Okay Nimm ich den von dem Auto jetzt auch noch mit einfach Ja, dass wir mal gucken, wieviel können wir mitnehmen Hier zwei, drei Vier Ich kann vier mitnehmen Also fünf quasi, also Fünf Dann habe ich vier im Inventar und eine in der Hand Fünf Da sind ganz viele drin Okay Die haben sogar fast alle Benzin bis auf zwei Ja, kommst du hier kurz rein? Hast du auch? Dich? Ja, 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 ja Wo sind die Dinger? Da sind noch zwei Ah, da Wie viel kannst du noch mitnehmen? Benzin, Benzin, Benzin In der Hand noch In der Hand noch Wie viel hast du dann? Irgendwo haben Kommt ja auch noch dazu Ich pack das einfach nach ganz unten rein Da kann ich Ja, stimmt Mit dem Auto haben wir auch noch zwei Benzin-Kalister Ja, also Jetzt Nö Dann lassen Wir holen jetzt erstmal Wir machen erstmal alles voll was wir so haben Genau So Kann ich mit dem Ding einsteigen, wenn ich das in der Hand habe? Ja, ja Wollen wir dafür jetzt nicht den Fass mitnehmen? Wenn es jetzt hinten drin passt Du hast den Benzin-Fass oben schon? Achso, ja gut, ja, achso Ich dachte allgemein wegen damit hinnehmen Ich bräuchte keins Brauchtest du noch eins? Oh Mann, einfach zur Not, ja Aber welches? Rot oder? Oder warte mal Natürlich Hab ich eine Feuertonne oben? Ich glaube eins war für mich und eins für dich Gut, ist mir egal ob ich jetzt rot Feuertonne nehme oder gelbe Das interessiert mich nicht Rot ist eigentlich eher Benzin Haben wir, glaub ich, gemacht Ich glaub ja Ja, müssten wir eigentlich Ne, nehm ruhig mit Äh, ich hab ja Oh, renn doch jetzt mal, Mensch Du faule Sau, renn Los Aber passt leider nur eins rein in das Scheißding, ne? Ja Im LKW passen vier rein Ich glaube vier Oh, warte mal, das könnte Warte Warte mal Warte mal, wie viel Platz hat der? 300 Einfass? Warte mal Wie viel Platz hat der? Einfass? Wie viel Platz hat der? Einfass? Boah, ich glaube Boah Ich bin mal spannend Das wäre natürlich krass Ich, na gut Müssten, ja klar, 150, ja klar Stand ja oben im Grad leer Krass, okay, das ist cool Ich könnte Gut Okay Das Auto ist... Energieleiste ist gleich minus 200 Ah, ich hab auch gar keinen Zero Guck gleich mal voran, Alter, so fett Ne, toll back time nicht Rückwärts fahren, keine Ahnung Das wird eine erfüllende Aufgabe jetzt, die wir hier machen Befüllende? Befüllende Aufgabe Äh, 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 äh Gibt gleich ne Schille, wenn du so weiter machst Oh, wie, das befüllt mich komplett Warum fahr mal ins Wasser? Das befüllt dich auch Ne, wei Was ist denn hier? Oh, ne Polizeikontrolle Ach wie geil Ja Der hat irgendwie nicht so Das sind Patrouillenbusse, was? So, also Glaub ich nicht Hier liegt ein Ding, ne Ich würde jetzt nicht unbedingt Aber ist cool, hab ich noch nie gesehen So, jetzt Doch, klar Doch, doch Doch, doch Doch, doch Ja, in der Stadt, ja, in der Stadt Nee, wo wir hoch zu den schnellsten Wer es gefahren sind Direkt da, wo wir abgebogen sind Ja, das war noch mit dem Panzer noch nicht Ne, das war oben Direkt unten noch quasi Okay Ah, ich glaub jetzt nicht mit Bussen Also das ist jetzt vielleicht auch noch was anderes Machen sie Oh, du stehst bei mir, du stehst bei mir sehr lange Manu? 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 Ja Ah, okay, du standst bei mir grad sehr lange Was denn? Okay Okay Also sehr lange, ich glaub das waren jetzt 5 Sekunden locker Und ich hatte grad auch ein Ding von 617 Nicht schlecht Naja, aber auch nicht gut Nicht schlecht 328 Och, nee Ach, ist das jetzt nicht Achso, ja, was ich sagen wollte, genau Ich will jetzt nicht den Namen sagen von unserem Internet, aber Hier gucken, oder? Also ich bin komplett voll Ich hab nicht einen Slot mehr frei Egal Ja, egal Egal Ähm Genau Also unser Internet Der hier auch bei dir hier, der ausgehangen war vor vielen Jahren schon, ne? Ja, ja Und du ja auch schon unterschrieben hast Der hat uns heute angerufen, nach 3 Jahren Und es gibt einen Termin, der wird mir am 2. September dann final gesagt Wow Habe ich auch gehört, geil Drei Jahre hier mit dem Drecks Giga Cube Okay Ja, gut Das ist Und jetzt Oh Ich hab zu der Frau auch gesagt Ey, gucken sie immer in meinen Unterlanger, wie lange wir schon warten Ich so Das ist jetzt nicht der in Ernst hier, oder? Ich so, ja Aus dem Grund, ich hab schon ein paar Mal überlegt, einfach zu sagen, ey wir wollen euer Internet nicht haben, aber es gibt ja nur das hier bei uns Nur das eine einzige Oder halt eine 16.000er Leitung Äh, von Reicht doch Siehste doch bei mir Ne, du hast doch 50.000, oder? Nein, ich hab immer noch die 16er Warte mal 16.000 beteilt durch 8 Du lebst mit 2 MB runter? Also knapp nicht ganz Ja, 1,6 1,2,1,1,6,7, ja Alter Schwede, krass Du glücklicher Mhm Scheiße, will ich jetzt schon an einer Tankstelle vorbeifahren? Nein, also ja, sind wir schon an einer, aber da kommen noch welche Also die, die jetzt kommt nebenbei auch noch nicht Da hinten, ne? Die, wir nehmen die Nächste oder übernächste Die rechts kommt Lass uns doch gleich die nehmen, wo das Ja, aber hier ist ein Zombies Ja, aber hier sind Zombies Also, manchmal Hä? Okay, na gut, das war noch Da hinten, denn Da hinten bei den vielen Garagen müsste das doch sein Eins weiter irgendwie Ah, ja, da, ja, ich siehste schon das Schild Ja, rechts Ja, du kannst eigentlich noch Ja, wie du willst Ja, aber hier ist grad nichts mit Zombies Das ist ja meistens so auf der Fläche dahinter Du bist auch noch nicht Ich hasse das Game Ich hätte den Tag, wo ich Meilenwinkel war, wirklich mit dem haben wie fahren sollen Ich hätte mich da einfach direkt anmelden sollen für Ah Hätte ich das auch endlich mal gehabt Was geil ist, das geht jetzt so schön schnell Das geht ja nicht Ja, stimmt, ich wollte gerade sagen, ich dachte das ewig Und fertig Na gut, das B-Tanken dauert halt immer noch ein bisschen nach Ja Ich hoffe, der kann mal zu zweit das machen Das wär scheiße Das wird bestimmt nur alleine gehen Und warum kann ich keinen mehr weiter befüllen? Weil er voll ist? Nein, der ist dreiviertel Ich hab grad geswitcht zum nächsten Geht nicht, ich pack den jetzt mal hin Wanderhose, Taschenlamp Weil da Wasser drin ist Scheiße Da musst du nochmal vom Auto kaufen Stimmt, Kühlwasser Ja Kühlwasser, ja Muss aber vom Auto tauschen anderem Ja, alles gut, wir haben ja genug Benzinkanister Das ist Benzin, Benzin, Benzin Oh, ach ja, wir haben nicht, wir können ja nicht tauschen Und Benzin, ich hab vier Benzinkanister Ja, dann gib mal her, dann kippen wir den einfach aus Oder kippt, 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 kippt Erstmal trinkt, ey Oh, tut das gut? Spur Kann man? Kann ich auch kurz ausprobieren, das geht da fix Wieder voll Ich glaub das ging, oder? Ging das nicht? Auf jeden Fall ganz Kanister hier in allem Man sieht nix Haben wir da nicht mal drauf geschossen auf so'n Ding? Ist das nicht kurz explodiert? Weiß ich grad nicht Oh Auf jeden Fall nicht so hoch Ne, man sieht gar nix Also ich glaube nicht, dass das klappt Ich schieß auch erst drauf, wenn wir dann losfahren Zombies Achso, ich kann ja nicht Du kannst die Kanister auch kurz wegpacken Ich fahr nur ein bisschen weiter weg, dass es Nicht das Auto bestimmt nicht Ne, nein Schade Das wär geil, hast hier so ne kleine Brennspur Bremsspur He 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 Warte Der Kleine hab ich schon gesagt Das war der riesige Aber das würd ich gerne mal probieren Auf dem vollen Brennspur Ach ja, ne Bremsspur Was? Auf dem vollen Brennspur Die haben wir immer nur auf die Gas pullen So in dem Wheel meinst du okay, machen wir Oh, schon wird doch Ab und das die Zucht in der Zeit da runter zu feiern Was? Ja runter zu feiern? Ja runter zu fahren Zum Hochhaus oder wie? Ja ja, und zu befüllen, das dauert ja auch noch weiter Ja Ja, aber das schaffen wir jetzt von der Zeit Nein, nein, nein Hä Da muss ich auch mal gucken, vielleicht wird das auch Eine Folge, vorsichtig gesagt Ich weiß ja nicht, also jetzt mal Ernsthaft gesehen, wenn du jetzt einen Fass hast mit 200 Liter Dann brauchst du theoretisch 10 Kanister Dann hast du 200 Liter Also normalerweise, reell gesehen Die 10, die wir haben, könnten wir über einen Fass befüllen, wenn es 150 Platz hat Einmalerweise muss das reichen Ja Ja, und wir haben auch Brandmitgliederkanister, ne? Ja, darum ja 5 Kanister sind 200 Liter Alter, schwierig, ist ja richtig Guckst du mal zur Tür Das ist, das ist eine Gammeltür, das sehe ich von hier Ja, kann ich schon auf und zu machen, das ist eine Gammeltür Ja, okay, okay, okay Warte mal, wie viel Liter? 18 Kilo Ja, okay, von mir aus war 18 Aber trotzdem Die 10, weil da ist ja schon was drin, ne? Die 10 müssten theoretisch auch vollkommen reichen Ja, so ein Fass, wie viel hätte das? Hat doch bestimmt fast 150 Liter, oder? Oder 200? Warte mal, warte mal, 15 Liter Wenn es 18 Kilo sind, das ist Blech Okay, sagen wir mal, 15 Liter sind drin Dann brauchen wir 10 Stück Dann haben wir 150 Liter Hm Also, genau unsere 10 Stück, die wir haben Normalerweise Aus dem Tag eigentlich sehen wir den Status Wo ich aus dem Fass, was ich damals mal besorgt hatte Für unsere eigentlich mal real-life Aufnahme Jetzt ein Brennfass gemacht habe Aus dem blauen? Aus dem orangenen, was ich mir mal besorgt habe, das echte Also, das ist so ein richtiges Ölfass Achso, ne, das habe ich nicht gesehen Mit dem blauen müssen wir auch mal ausmachen Daraus habe ich jetzt ne Feuertonne gemacht, für wen anders Achso, du hattest aber Stahl, ja Ich hab ne Alutonne Ja Ja, ich hatte Stahl Karsten Stahl Karsten Stahl Ja Auf zur Längen Hä Sagst du zu ihr nicht? Würde ich auch immer zu dir sagen, also Ja, auf zur Längen Bitte lass es Bitte lass es Warte, warte, warte Mach mal ein bisschen Weiter Ha Yay So, hier, an die Tengst Yellow Fahren wir dann nachher die ganze Zeit Mal gucken Ihnen viel VP komplett umzäunen, das wär doch auch geil, oder? Oh ja Also immer Danke Alter Das liegt bei mir wie Sau Hey, jetzt auch grad so ein bisschen, ich versteh's auch gar nicht Hm Da sind die Zelte Zelte Donnerlädchen Ah Kacke theoretisch noch 6 Minuten, ey Ah Kommen wir noch bis hin Nochmal? Oh Gott Dann können wir noch bis hin Ja, wir gehen dann nochmal hoch, das Auto auch ein bisschen Ja Mal gucken, wir filmen mal, vielleicht geht's ja wirklich schnell Wenn wir sehen, ey, das sind die 10 Kanistern, machen wir halt 10 Minuten länger als das 50 Minuten länger als das ist, dann auch egal Achso, wir haben den Scheiße von meiner Liste Das steht ganz oben Bären finden haben wir schon versucht, dass ich... Wie viel, wie viel hatten wir denn schon reingefüllt in den Kanister, in das Fass? Ich weiß gar nicht Ein, zwei Fässer? Äh, ein, zwei Kanister? Ich hab keine Ahnung Auf jeden Fall müsste da schon was drin sein, glaub ich Ja, 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 ordentlich, glaub ich So, ein Viertel müsste schon locker... Ja, ja, ordentlich halt Viertel müsste auch schon drin sein Ich war gleich gespannt Ist die Frage, was haben wir mehr gemacht? Wasser? Weil Wasser wollten wir auch voll machen Oder halt Benzin Ja, gut Ja, gut, das Wasser wird ja auch so die ganze Zeit aufgefüllt durch den Regen, ne? Nur wenn wir in der Nähe sind Hm... Stimmt auch wieder Ja, also es ist quasi pausiert Hey, was machst du denn? Ach, fährst du, ach so, fährst du War ich am besten gleich vor der Tür, war... Vorrat 8 ein Schild? Ja Was ist da unten rechts eigentlich drinnen? Da war auch Wasser drin, ne? Unten rechts? Hier das Ach so Hätte, wie bist du da hochgekommen? Hä? Die Treppe hier drinnen im Fahrstuhl? Die Treppe? Ja Ja Leiter meinst du? Ja, 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 ja Was war das denn? Hast du, du hast geschossen Das haben wir beknallt Alter, das hat sich gerade richtig komisch angehört Doch ein bisschen in die Hose schießt's Ohhhh, Benzinkarnister trinken, oh das lockt mich jetzt gerade Dann können die mal ein ganz So, und Bauschmerzen Schau, dass die Leiter nicht komplett bis hoch geht Oh, ja Ja, gut, das war die Frage, ich glaube, da ist sogar zu Fuß dann immer noch, äh, genau Treppe, hochgehen, schneller, oder? Kann sein, ja Ja Kannste haben Ganz ehrlich, es ist auch total unnötig, dass sie das, dass sie das unten geändert haben, dass man da nicht mehr hoch springen kann Ja Oh Gott Ich bin gerade reingespawnt Äh, okay Ich kann das fast nicht öffnen Doch jetzt 58% Weißt du, so viel haben wir schon drinnen? Ja Okay, ich glaube, dann passt da nicht viel drin Oh Gott, da ist das lange, oh mein Gott Oh nein Oh bitte, bitte, mach du auch mit Mach einmal mit Mach einmal mit Geht nicht Die Öffnung ist aber groß genug Ich weiß Jetzt haben wir es aber groß genug So, 58% 68 Krass 60 Alter, dein Ernst, ich konnte nicht gerne klicken, weil du geklickt hast Ich dachte, du guckst hier gerade rum Nein Was ist da drinnen? Ja, ist Fressi drinnen So Und Bratfanne Ich habe auch ein gelbes Feuerfass Grün ist Essen und Holz Grün ist Essen und Holz Blau ist Wasser da hinten Das sind wir bei 20% Ja, weil wir hier nie in der Nähe sind Ansonsten, so schnell wie das geht, können wir auch von mir noch mal Wasser holen Wenn du es möchtest Hätte ich jetzt keinen Klemmer mit Achso, du musst hier erstmal leer kriegen Trink aus Wenn nicht, können wir bei dir noch schnell fast rüberstellen, dass in der Gelbe da auch noch was an den Kippen Na gut, theoretisch Oder nimmst auch das Rote Also na gut, dann würde ich Dann würde ich persönlich gerne nur Wasser haben Also bei Team würde ich jetzt nicht Ich wollte es ja hier nur haben, vollständig Vollständigkeitsweise Ja Das war so Oh, wenn wir das jetzt anzünden können, das wäre so eine Fackel Alter Große Fackel So, müsste jetzt voll sein Ja, 98 Dann warte, ich mach Oder ja Mach schon Nice So ein 1 kommt da rein Ein voller kommt da rein Kannst du auch noch Kannst du auch noch mal einen reinpacken Ja gut, du kannst ja im Grunde das Ding auch nochmal vollklemmen Wenn der ganz klein ist, dann hast du ja noch mehr Alter, wirklich Ist schon nicht schlecht, also Aber wenn du welche hast, pack rein Also nur 100% volle, pack rein Wir brauchen sie ja nicht, wir haben davon tonnenweise Wie man sieht Ja gut, stimmt, ich auch wieder Ich pass doch nur noch zwei rein Ah ja, stimmt Krass Gut, denn Runter Wie damals, ja Wo ich dich denn abgeschossen hab auf den Rückflug Unterflug So So, ja gut, die Fässer denn noch, ne? Äh Jaaaa 20% Wasser Also ein Kalisern ungefähr 10% gemacht Das heißt, wir bräuchten 8 Fässer Ja gut, jetzt können wir ja komplett runter gehen So Aber gleich mit dem Fass hochlaufen Das wird geil Oh, geil Können wir damit über eine Treppe laufen, äh Leiter laufen? Ja, Gott sei Dank, ja Oh Gott, hier ist die Tür offen Irgendwas durchgelippt, ne? Ja, fast Der Charakter, Junge Der atmet Wie ein Raucher Und ne willige Bergziege Was? Ziege Äh Äh, Tommy Mach jetzt kein Lauten Oh Gott, ich kann nicht schießen Ach, super, war klar Ah, stimmt Warte, ich verprühe gleich mal ne Waffe Er kann nicht mehr laufen, stimmt Und Jaaaa Ich muss meine Fäule noch suchen Aus dem blutig Ich kann auch nirgends so drauf springen mit meinem Scheiß Ja, ich kann wirklich gar nichts Gar nichts Hä? Gibt noch gerade? Ich kann nicht springen, weil ich keine ausdeutschein habe Du schaul Okay Gut, jetzt ist scheinbar schon wieder ruhig Ich hab da nen Pfeil auch hier demoniert Ja, gib mal her Äh, in den Zombie-Pies rein Alter Oh, Tastatur war zu dicht an der Maus dran Aber hat noch geklappt So, das Gelbe soll dann hoch zu mir, oder wie? Ja Mach ich dann aber auch n Dingsfass, glaub ich, draus ein Sponschka-Vollfass So, zwei Volle hätten wir jetzt noch hier Mach ich ganz Ja, ich mach hier draus ein Feuerfass Weil ich noch keinen hab Achso Ja Wenn ich hier einen hab, äh Nutz es halt so Ne, ich bin grad am überlegen, dann mach ich hier draus Ein zweites Feuerfass, ne, keine Ahnung, mal gucken Tommy, lass mich in Ruhe Ich geh ganz leise mit meinem Fass hier lang Was, 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 was Ich bin so froh, dass man mit dem Fass hier Noch Klettern Klettern kann Boah Warum mach ich noch so ein Bluttropfen auf dem Bildschirm nix Blutest du noch? Ne, ich hab's weggemacht Zeichen ist auch weg Heißt das vielleicht hast du dich saubermacht los? Ja, bekommst du dich saubermacht los? Hm Vielleicht Du musst es ja schon fast oben sein, wa? Ne, ich bin erst los Oh Also ich bin grad Ich bin jetzt von der Leiter runter Okay Von der ersten Ich bin jetzt die zweite Treppe quasi Jetzt Falsch lang gelaufen Scheiße Ah, wieder runter Hm Wieder im Auto Ah, wieder in der Aus Versehen, kompletten Weg nach unten gelaufen Ah, aus Versehen, ein falsches Haus Aus Versehen, ja Aus Versehen, brennt da ein Zelt drüben Ah Alter, ich hab ja Pinkfall 824 Hast du mich gehört? Ja Ja Okay Ah, eh So Letzte Treppe Und Leiter Was ist, wenn man eigentlich die ganze Zeit Abgekochtes Wasser ins Fass reinmacht Bleibt das denn auch die ganze Zeit gutes Wasser? Ja, drüber hat man schon mal gesprochen Wenn man die ganze Zeit abkocht und dann Und dann von null anfängt da rein zu kippen Ja Wir beide hatten darüber schon mal gesprochen Was ist, wenn wir, ähm Desinfiziertes Wasser reinpacken Also halt, äh, Wasser was hier Oder hier vielleicht sogar ins Fass selber Ne Tablette reinpacken Mhm Ah, fuck Ich hab hier ein Feuerfass, aber ein grünes Warum das denn? Ja, ekel Blaues hab ich hier auch für Wasser Da sind Oh, 3% Das ist schon viel, ne? Das ist schon wild Das ist schon Wild Gut Was mach ich mit dem gelben? Urin Der Urinsammler Behälter Ich bin schon ganz am überlegen Was mach ich hier drauf Ich bin eigentlich am überlegen hier drauf Wenn es geht Einen Aussichtspunkt Äh, so ein Aussichts Jägerturm Ne, wie nennt man das? Aussichtspunkt zu bauen So ein Turm, oder wie heißt das jetzt mal? Ja, was wir gebaut haben halt in einer anderen Base Ja Schon ganz geil Warum nicht? Das wär geil Bei mir bestimmt auch Ja, bei mir stürt halt dieses kleine Ja, dieses Art Mini-Häuschen, da wo die Leiter drin ist Dann könnte man das auch machen Hä? Ich glaub über das rote Zeug hier Ich hab doch hier dieses Mini-Häuschen, sag ich mal Hier, dieses Gebäude, wo ich davor stehe Das Mini-Ding, da wo die Treppe drin ist und so Genau, genau Wenn das nicht wäre, hätte man da vielleicht auch so Dinge hinbauen können Ne, ich hoffe, dass da drauf passt Ne, hab ich doch auch Achja Den sind alle gleich Boah, ich glaub das ist ein bisschen größer Meinst du? Kann sein, na wohl Eventuell Kleines bisschen Na, mal gucken Mal gucken, vielleicht haben wir Glück Ja Ey, ernsthaft jetzt, die Bohnentextur sieht eigentlich gar nicht so beschissen aus Und die wiederholt sich Hä? Kommst du da jetzt drauf, einfach nur so? Weil ich grad sehe, irgendwie Ich hab da nur nicht so drauf geachtet Gut, die Texturen sind immer nur, keine Ahnung, 5x5 Meter groß Ja, wenn überhaupt Ja, da ist die Plane, da ist die Plane und da ist die Plane So umgeknickt Aber sonst an sich Kann ich eigentlich nicht meckern Hätten sie die Textur ein bisschen größer So Gut, dann Vielleicht bist du schon, aber der mich gibt doch noch und schreibt den Kommentar, wie das Video gefallen hat Tschüss Tschüss ij ... Vielen Dank.